Hier die Funktion f und x und y und die Funktion f ist, lautet y ist gleich 1 halb x minus 1 und das ist wie so eine Maschine. Ja, so ein großer Kasten, die y gleich 1 halb x plus 1, minus 1, so 1 halb x minus 1 Maschine und da kommt was rein, hier und da kommt wieder was raus. So, und wenn ich jetzt die, zum Beispiel die 0 hineinschmeiße, hier ist die 0, dann kommt die minus 1 raus, minus 1. Ja, 0 rein, minus 1 raus, gut. Oder wenn ich, und das schreibt man ein bisschen anders, da schreibe ich dann, also 0 wird abgebildet auf minus 1. Oder wenn ich jetzt die 1 nehme, komme ich auf minus 0,5. 1 wird abgebildet minus 0,5. Die 2 geht auf die 0, 2 auf die 0, 3 auf 0,5 und so weiter, 3 auf 0,5. Die Frage ist, jetzt kann ich da auch in die andere Richtung gehen. Male ich jetzt grün. Das nenne ich dann, diese Funktion nenne ich f hoch minus 1, das ist die Umkehrfunktion und die Umkehrfunktion soll leisten, dass eben die minus 1 auf die 0 geht, die minus 0,5 auf die 1, die 0 auf die 2 und so weiter, 0,5 auf die 3. Das soll die grüne Leisten. Und rechnen geht, der Ansatz ist ziemlich simpel. Ich habe die Funktion, machen wir nochmal, ja eine rote Funktion. Also f Doppelpunkt y gleich 1,5 x minus 1 und die grüne Funktion, das sind jetzt einfach x und y vertauscht. Also f hoch minus 1 Doppelpunkt x gleich 1,5 y minus 1. Das ist ja eigentlich schon fertig, ist alles gesagt. Ich hätte aber, auch die grüne Funktion hätte gerne ein y ist gleich. Und deswegen müssen wir das jetzt noch auflösen nach y. Also das ist der erste Schritt, ist vertauschen, der zweite ist auflösen. Man kann es auch anders machen, erst nach y auflösen und dann vertauschen, also nach x auflösen und dann vertauschen. Ist egal. So, ich finde es so irgendwie netter. So, jetzt plus 1, dann habe ich x plus 1 gleich 1,5 y mal 2. 2x plus 2 gleich y, also f hoch minus 1 y gleich 2x plus 2. Weil die Funktion macht genau das umgekehrte von der roten Funktion. Genau, und das ist im nächsten Video das nächste.